. Bauer? Nein. Bäuerin ledig sucht. Ich möchte... Genau. Hey, das ist nicht so einfach. Ich bin Manuela, ich wünsche mir einen Partner, der gerne Töpfe hat, der sehr gerne Tiere hat und gerne mit mir auf dem Hof leben will. Ihren Hof im Thurgau führt Manuela seit knapp einem Jahr. Die 35-Jährige hat einen Pensionsstall, züchtet und gibt Heidunterricht. Pferdenflüsterin... Nein. Nein, Pferdenährin absolut, aber als Pferdenflüsterin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Jedes Ross hat seinen Charakter. Das ist ganz klar, wie jeder Mensch auch. Er ist z.B. einer der frechsten momentan auf dem Hof. Pferdenflüsterin gehört eher zu den ruhigeren, zu den Betteltänten. Und zum Essen geht Gimmels. Und so hat jeder seinen Charakter. Also wieder mal die Nähe mit einem Partner zu haben, in den Arm genommen zu werden, das wäre schon wieder mal etwas anderes, als nur mit der Ross verteilen. Also bei dem her, das wäre schon schön. Auch in ihrer Freizeit sitzt Manuela gern im Sattel. Das ist meine Harley und sie bedeutet mir Freiheit. Darauf bin ich eigentlich durch meinen Onkel gekommen. Er fährt seit X Jahren Harley. Er ist auch im Harley Club. Und dadurch bin ich dann auch in den Club gegangen. In meiner Freizeit bin ich eigentlich hauptsächlich auf dem Hof, wenn ich nicht auf der Harley sitze. Und sonst bin ich mit Freunden unterwegs. Bei der Arbeit und im Motorradsattel ist Manuela eine Powerfrau. Zuhause ein Familienmensch mit dem Wunsch nach einer langfristigen Beziehung. Das ist meine Mutter. Einen riesigen Mittelpunkt meines Lebens. Sie ist eigentlich eine Aufgestellte. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis miteinander. Wir sprechen auch miteinander sehr viel. Im Glück ist sie eigentlich ganz central. Manuela ist offen und einfühlsam. Sie sucht einen Partner, mit dem sie ihre Freude am Leben teilen und gemeinsam lachen kann. Wieso suche ich ihn? Das Leben alleine ist voll schön. Aber noch schöner ist es, das mit einem Partner zu teilen. Ich würde sagen, das Leben ist eh schon genug ernst. Und dann noch ohne Humor. Nein. Was hast du einem Partner zu bieten? Können wir die weglassen? Partner habe ich zu bieten, dass ich eigentlich meistens immer etwas gut drauf bin. Damit man mit mir immer etwas erlebt. Nur schon vom Hof her, von den Tieren her. Und den Rest sieht man dann. Manuela sucht dich. Melde dich jetzt an. behaviors. Mal sehen wir uns mit dir. Wir brauchen technisch. Wir brauchen unser Haus, mal leben, wir brauchen wir uns mit dir. Wir brauchen die Nachbarny, wir brauchen uns mit dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017